Bis zum nächsten Morgen gibt es immer noch kein Lebenszeichen von Bella. Auch die Überwachungskameras im Umkreis der Bar haben noch keine Ergebnisse geliefert. Um Bellas Abend zu rekonstruieren und so entscheidende Hinweise zu erhalten, befragt die Anwältin die Freundin der Vermissten. Ich weiß, dass Sie alle schon Ihre Aussage bei der Polizei gemacht haben. Aber ich würde trotzdem gerne mit Ihnen alles nochmal ganz genau durchgehen. Sie wissen ja, dass Bella seit ca. 30 Stunden vermisst wird. Und wir wollen einfach nichts unversucht lassen, um sie zu finden. Wer von Ihnen hat Bella denn als Letzter gesehen? Ich glaube, ich war da. Ich war schon ziemlich betrunken. Aber sie hat sich auf jeden Fall von mir verabschiedet und meinte irgendwie so, dass sie noch weiterzieht. Kann es sein, dass Bella vielleicht einen neuen Kerl am Start hat? Ich meine, sorry Nico, aber kann ja sein. Auch wenn sie jemanden hätte. Sie würde sich doch gar nicht trauen, mit irgendjemandem öffentlich auszugehen, weil Nico jedes Mal wieder Terror macht, genau wie an dem Abend, wo sie verschwunden ist. Willst du mich verarschen? Willst du mich als cholerischen Spinner entstellen? Reicht es nicht, dass du mir die Polizei reingeritten hast mit deinen Geschichten? Also ich finde, diese gegenseitigen Schuldzuweisungen, das hilft uns jetzt überhaupt nicht weiter. Lassen Sie uns doch bitte mal auf die Sache konzentrieren. Ich meine, wie war das dann an dem Abend? Haben Sie vielleicht beobachtet, dass Bella mit irgendjemandem geflirtet hat? Das kann ja auch jemand Fremdes hier in der Bar gewesen sein, der nicht zu Ihrer Clique gehört. Ja, also auf Bagger-Tour war sowieso, das haben wir alle gesehen, oder? Viel kann ich ja zunächst sagen, weil ich habe selber eine Tussi am Start gehabt. Und hat vielleicht irgendjemand von Ihnen Fotos gemacht? Wissen Sie, es kann ja sein, dass auf den Fotos was drauf ist, was Ihnen noch gar nicht aufgefallen ist, uns aber sehr weiterhelfen würde. Und es könnte natürlich auch sein, dass Bella selber Fotos gemacht hat. Und ich meine, vielleicht benutzt sie auch ein soziales Netzwerk, wo sie die reinstellt. Nein, sie hat nichts gepostet. Das hätte ich ja gesehen. Aber sie nutzt so eine Fotocloud. Also wenn man sein Handy verliert, werden die Fotos gespeichert im Internet. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter. Das finde ich eine ganz gute Idee. Das könnte uns weiterhelfen. Wissen Sie denn vielleicht, welchen Account sie benutzt? Dann könnten wir nämlich über die Polizei da rankommen. Also ich weiß jetzt nicht Ihr Passwort, aber Ihre Benutzerdaten, die weiß ich schon, ja. Okay. Also jetzt heißt es Daumen drücken. Vielleicht hat Bella vor ihrem Verschwinden ihre Umgebung oder ihren Begleiter fotografiert. Dieser Fotoaccount, der eröffnet uns wirklich tolle Möglichkeiten. In Berlin ist Bella Weber spurlos verschwunden. Ihr Ex-Freund Nico Kaiser macht sich große Sorgen und hat Anwältin Barbara von Minkwitz um Hilfe gebeten. Da Bella sich vor zwei Wochen von Nico getrennt hat und er sehr eifersüchtig ist, halten ihn Bellas Eltern und die Polizei für den Entführer. Die Juristin will die Vermisste finden und seine Unschuld beweisen. Von einer Freundin hat sie den Link zu Bellas Fotocloud bekommen, die die Polizei hacken konnte. Nun hoffen sie auf neue Hinweise. Jetzt brauchen wir die Fotos vom letzten Abend, genau. Von dem entscheidenden Abend und lassen Sie mich mal gucken. Hier, das sind offensichtlich Fotos aus der Bar, da war ich ja mit den Freunden auch. Hier später, da ist ein Mann drauf, den kenne ich nicht. Können Sie das bitte mal vergrößern? Das ist von 1.10 Uhr. Ja, das könnte zeitlich passen. Da hatte sie sich schon von ihren Freunden in der Bar verabschiedet und wollte sich mit einem Mann treffen. Vielleicht war sie mit dem auch bei dem Kiosk. Wahrscheinlich ist das auch der Mann, der Bella als Letzte gesehen hat, wenn das nicht sogar unser Täter sein sollte. Ja, und deswegen wäre ich Ihnen dankbar. Können Sie das vielleicht ausdrucken, dass wir das mal den Freunden zeigen? Vielleicht kann irgendjemand diesen Mann identifizieren. Klar, das machen wir. Die Anwältin hat eine erste Spur und will sofort Nico und Bellas Freunde befragen, die am Abend ihres Verschwindens mit ihr zusammen waren. So, meine Damen und Herren, jetzt wird es richtig spannend. Wir haben hier ein Foto und wüssten gerne, ob Sie den Mann, der hier auf dem Foto ist, identifizieren können. Ja, klar, das ist Markus. Markus Eilen, als irgendwie so ähnlich. Der ist ganz oft bei uns in der Stammbahn. Und wissen Sie irgendwie mehr über den? Kennen die beiden sich vielleicht schon länger oder sind die sogar befreundet? Keine Ahnung. Also, der ist halt immer sehr auf Flirtkurs. Und er ist Tennislehrer irgendwie, prallt damit auch jedes Mal rum, reibt jedem unter die Nase, was für Erfolge der damals hatte. Bella und der haben halt ein paar Mal miteinander gequatscht. Weißt du, hier mit dir spricht der doch auch immer. Ja, ich kenne den auch nur flüchtig. Was, was erzählst du denn da? Du hattest doch was mit dem. Selbst Bella wollte die Augen auskratzen wegen dem Typ. Was erzählst du denn hier für ein Müll? Das war ganz anders. Ach klar, Bella war scharf auf denen. Beruht ihr das denn auf Gegenseitigkeit? Ja, nö. Die haben hin und wieder mal miteinander geplaudert. Mehr weiß ich doch auch nicht. Was? Wann hast du die zusammen gesehen? Etwa, wo Bella und ich doch zusammen waren? Nee, vor ein paar Tagen. Ich hab dir doch gesagt, die ist wieder auf Männerfang. Hat an dem Tatabend irgendjemand die beiden zusammen gesehen? Haben die vielleicht sogar zusammen die Bar verlassen? Mhm. Also, wir müssen einfach unbedingt mit diesem Mann sprechen. Sie haben doch gesagt, der ist Tennislehrer. Wissen Sie vielleicht wo? Der ist, glaube ich, im Tennisverein in Wedding. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher. Das kriegen wir raus. Bella war mit diesem Markus unterwegs, kurz bevor sich ihre Spur verliert. Ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, was der Markus zur Tatnacht zu sagen hat. Vielleicht hat der Bella noch in seiner Gewalt. Vielleicht hat der Bella sogar was angetan. Die Polizisten finden schnell heraus, wo Markus Eid arbeitet und sich gerade aufhält. Die Anwältin fährt sofort mit ihnen zum Tennisplatz, um den Verdächtigen zu verhören. Sie will wissen, ob er etwas mit Bellas Verschwinden zu tun hat. Und die Zeit drängt. Denn je länger die 29-Jährige ihrem Entführer ausgeliefert ist, desto geringer werden die Chancen, sie unverletzt zu finden. Aber du musst, wie gesagt, den Schläger schön ausholen, damit du mit Schwung den Ball rüber bekommst. Ja, willst du ja schließlich einen Punkt machen. Entschuldigung, wir suchen einen Herrn Eid. Sind Sie das? Ja, das bin ich. Hallo. Das ist gut. Schönen guten Tag. Wir ermitteln in einer Vermissten-Sache. Kennen Sie eine gewisse Bella Weber? Die wird seit vorgestern vermisst. Ja, die kenne ich. Was ist denn passiert? Ja, das würden wir gerne von Ihnen wissen. Sie sollen nämlich derjenige sein, der vorgestern Nacht als letzter mit ihr zusammen war. Ja, war ich das? Ja, aber was soll ich Ihnen da helfen? Ich weiß jetzt nicht, warum Sie hier sind. Gut, folgen das, Herr Eid. Also uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie vor zwei Tagen mit Bella Weber um ein Uhr nachts gesehen wurden. Eine Stunde später, um zwei Uhr, verliert sich leider die Spur von Frau Weber. Und wir müssen und möchten wir gerne von Ihnen wissen, was ist danach passiert. Ja, warte mal. Mach mal erstmal, damit du nicht abkühlst, drei Runden um den Platz. Dann machst du zehn Liegestütze und dann 20 Kniebeugen. Und dann das Ganze normal, okay? Okay. Ja, wie gesagt, also da ist nicht viel los gewesen. Wir haben uns spontan getroffen, sind was trinken gegangen, haben wir ein bisschen rumgeflirtet. Und dann hat sie auf einmal einen Zickenanfall bekommen, weil ich sie gefragt habe, ob sie mit mir den Abend verbringen will bei mir zu Hause. Sie hat gesagt, sie kann das nicht wegen ihrer Freundin, weil die wahnsinnig eifersüchtig ist. Ja, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Wie heißt denn diese andere Freundin? Ähm, Tina. Tina Merz. Mit der hatte ich mal was, ganz kurz. Aber das ist eine Psychotante, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die hat sich immer eingebildet, dass ich mit ihr zusammen bin. Na ja, das habe ich ganz schnell beendet. Ist jetzt ungefähr drei Monate her. Mhm. Okay. Ähm, waren Sie dann am Abend mit Frau Bella Weber? Bisschen schneller. Ja. Waren Sie denn da in einer Trankstraße oder in einem Kiosk, der dort in der Nähe ist? Ja, ich kenne die Straßen Berlins jetzt nicht auswendig, aber im Kiosk, da waren wir nicht. Aber sagen Sie mal, waren Sie nicht ziemlich wütend? Ich könnte mir vorstellen, so als gut aussehender Tennislehrer ist es für Sie doch eine Seltenheit, dass Sie so eine Abfuhr kriegen. Ja, ein bisschen, ein bisschen angefressen war ich schon, aber das hat mir nichts ausgemacht, weil Bella wollte unbedingt nach Hause und ich will da nicht irgendwie so nachhaken oder so. Entweder will sie oder sie will nicht. Okay, und dann habe ich sie ziehen lassen und habe an dem Abend noch was anderes dann kennengelernt. Und mich fahren die Weiber ja sowieso ab. Herr Eid, eine Frage noch. Sie haben gerade eine andere Frau erwähnt. Ich meine, das wäre ein gutes Alibi für Sie. Wissen Sie, wie die sie hieß? Ja, das war jetzt kein Mädel, was man sich unbedingt merken müsste oder so. Ja, wir waren beide alleine, also gibt es dafür auch keine Zeugen. Mehr kann ich auch nicht sagen. Na gut, dann war es das soweit erstmal. Also sollten wir noch Fragen haben, werden wir uns bei Ihnen melden. Und sollte Ihnen dazu noch etwas einfallen, Herr Eid, dann würde ich Sie bitten, rufen Sie mich auf der Wache an. Hier brauchen Sie vorher auch kein Trink spendieren. Also dieser Markus Eid, der gehört für mich eindeutig zum Kreis der Verdächtigen. Aber auch Tina Merz könnte ein zweites Gesicht haben. Die ist wegen Markus eifersüchtig auf Bella. Vielleicht spielt sie schon die ganze Zeit ein falsches Spiel und hat etwas mit dem Verschwinden von Bella zu tun. In der Zwischenzeit haben die Techniker der Polizei Bellas Handydaten überprüft und daraufhin Nico erneut zur Vernehmung bestellt. Barbara von Minkwitz weiß noch nicht, was die Beamten herausgefunden haben. Doch sie befürchtet, dass die Daten ihren Mandanten belasten könnten. Sie eilt umgehend zu Nico, um ihn zu verteidigen. Wir haben von dem Handyanbieter der vermissten Frau Weber eine Auflistung bekommen von allen SMS'n und Anrufen der letzten Woche. Und weiter? Nichts weiter, außer dass fast 80% der SMS'n von ihrem Mandanten Herrn Kaiser stammen. Und dieser Inhalt der SMS'n lässt uns ein bisschen spekulieren. Also ich gebe Ihnen da gerne mal eine kleine Kostprobe. Angefangen mit, bitte Bella, ich liebe nur dich, lass uns reden, wirf das nicht einfach so weg. Und als er dann gemerkt hat, mit Betteln kommt er nicht weiter, wurde der Ton tatsächlich auch ein bisschen rauer. Zum Beispiel, du bist so feige, dass du nicht mal rangehst. Ich habe alles für dich getan, so behandelt man niemanden. Aber auch daraufhin hat Frau Weber nicht reagiert, aber jemand dann ließ sich nicht abwimmeln. Und Sie können sich das gerne mal durchlesen. Ich entschuldige mich, ich bin mal kurz in der Technik. Ja, also wissen Sie, ich verstehe überhaupt nicht, was Sie jetzt daran so überrascht. Wir haben doch wirklich zu Beginn der Ermittlungen alle Karten auf den Tisch gelegt. Wir haben gesagt, dass mein Mandant sehr eifersüchtig ist, dass er durch die Trennung extrem verletzt ist. Er hat sogar eingeräumt, dass er widerrechtlich eine Spy-App auf dem Handy von Frau Weber installiert hat. Ja, aber dass er derart krankhaft Frau Weber mit diesen Nachrichten bombardiert hat, das hat er uns komischerweise nicht erzählt. Warum hat er uns das denn verschwiegen? Und über seine Spy-App wird er wahrscheinlich herausgefunden haben, dass sie sich in der Nacht mit diesem Markus Eid trifft und ist hinterhergegangen und dann hat er eine große Dummeit begangen. So war das nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen SMS schreiben und ein Verbrechen. Sie stellen mich als kompletten Psycho da und das bin ich nicht. Also ich verstehe auch überhaupt gar nicht, warum Sie jetzt den Fokus so auf meinen Mandanten legen. Dieser Markus Eid, der ist auch von Bella Weber zurückgewiesen worden. Also nach Ihrer Theorie müsste der ja genauso verdächtig sein. Und wissen Sie, ich würde Sie wirklich dringend bitten, dass Sie sich die Aussage von dem Markus Eid mal ein bisschen genauer angucken. Der hat eindeutig ausgesagt, dass Bella Weber nachher ein Taxi genommen hat. Und ich meine, da hätte ich ja an Ihrer Stelle doch schon längst alle Berliner Taxiunternehmen kontaktiert, um herauszufinden, wer die Bella Weber befördert hat. Denn das ist ja nun wirklich keine graue Maus. Sie werden sich wundern, Frau von Minkwitz, das haben wir schon in die Wege geleitet. Und ich erwarte eigentlich jeden Moment die Ermittlungsergebnisse. Ich schaue mal kurz nach, ja? Ja, danke. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich von allen guten Geistern verlassen, Herr Kaiser? Warum haben Sie mir denn nicht erzählt, dass Sie Bella Weber derartig bedrängt haben? Wir waren nicht bewusst, wie ich Sie bedränge. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Aber mir ist wichtig, dass wir denen überzeugen, dass ich hier nichts tun würde. Wir brauchen Entlastungszeugen. Sie müssen, wenn diese Vernehmung hier vorbei ist, bitte unbedingt Ihren Freundeskreis kontaktieren und auch den von Bella Weber. Ich brauche alle Zeugenaussagen, von denen, die bestätigen, dass Sie nie körperlich aggressiv gegenüber Bella waren. Und dann machen Sie mir bitte eine Liste Ihrer SMSen, und zwar von denen, aus denen sich ergibt, wie sehr Sie Bella Weber geschätzt haben. Wir kämpfen zurzeit an zwei Fronten. Auf der einen Seite steht die dringende Suche nach Bella Weber. Je mehr Zeit vergeht, desto größer ist die Gefahr, dass wir sie nicht mehr lebend finden. Auf der anderen Seite brauchen wir eine gute Verteidigungsstrategie für meinen Mandanten Niko Kaiser. Denn der wird plötzlich der Hauptverdächtige bei der Polizei. Um Niko verteidigen zu können, benötigt die Anwältin Zeugen, die ihren Mandanten entlasten und aussagen können, dass er Bella gegenüber nie gewalttätig war. Deshalb fährt Niko zu seinem besten Freund Thomas. Er kennt ihn schon seit zehn Jahren und hat seine Beziehung zu Bella von Anfang an miterlebt. Okay, dann mache ich es kurz. Die Polizei hat mich auf den Kicker. Und ich will denen beweisen, dass ich kein kranker Typ bin. Und dafür brauche ich dich. Ja, und wie soll ich dir mal helfen? Nein, du könntest der Polizei sagen, dass wir uns nie streiten, dass wir mit Respekt bitte dann umgehen. Vielleicht hast du noch ein paar SMS, wo man sieht, dass sie mir was bedeutet. Ich mache hin und wieder mal so Handy-Backups und es kann sein, ich habe irgendwas gelesen, du hast irgendwas geschrieben, von wegen, dass du immer um sie kämpfen wirst. Aber wenn ihr euch trennt, würdest du es wohl akzeptieren oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, sowas könnte ich brauchen. Aber wichtig wäre, dass du der Polizei sagen könntest, dass Bella und ich abends ihres Verschwindens, dass wir uns nicht gestritten haben. Ja gut, eher gestritten, also rumgezickert, ja wohl eindeutig sie. Ich meine, ich hätte mehr auf sie aufpassen können, aber ich war auch megamäßig betrunken. Und aufgrund dessen war ich auch froh, wenn ich abends ins Bett komme. Mehr habe ich auch nicht gesehen. Ach, macht dir jetzt keine Sorgen. Ich rufe mal eine Anwältin an und die wird dann mit dir die Aussage durchgehen. Okay. Was sind das eigentlich für Geräusche, die ich höre? Das sind die Handwerker, die sind schon seit einer Woche im Haus, die machen ja die Heizung irgendwas. Das ist nichts Wildes. Das sind eigentlich mal gute Nachrichten. Thomas' Aussage werden wir definitiv weiterhelfen und ich bin gedacht, wieso sie nur noch bei Bella und die Polizei interessiert mich gerade gar nicht. Ich werde sie nur noch lebenswiedersehen. Das ist alles. Nico ist verzweifelt. Er will endlich Bella finden und hofft sehr, dass sie unverletzt ist. Noch am selben Tag gibt es Neuigkeiten und der 34-Jährige macht sich sofort auf den Weg zu Barbara von Minkwitz. Die Polizei ist der Idee der Anwältin gefolgt und hat die Berliner Taxiunternehmen kontaktiert. Es ist so, die Polizei hat den Taxiunternehmer gefunden, bitte sehr, dessen Fahrer in der besagten Nacht der Trankstraße Bella aufgenommen hat. Und zwar auch noch zu der Uhrzeit, die wir vermuten. Ach, was hat er gesagt? Der Fahrer ist gerade erst im Polizeipräsidium vorgeladen worden und hat noch nicht ausgesagt. Wir wissen aber schon so viel, dass er einen Mann und eine Frau befördert hat und wenn der uns jetzt diesen Mann beschreiben kann, dann führt uns das zum Täter. Und damit sind sie automatisch aus der Schusslinie. Jetzt kommt es auf die Aussage des Taxifahrers an. Die Polizisten sind gespannt, was Albert Schröder über den Abend, an dem Bella verschwunden ist, zu berichten hat. Und wer mit ihr in seinem Taxi gefahren ist. Denn das könnte ihr Entführer sein. Ja, das ist sie. Da bin ich sicher. Sehr hüftes Mädchen. Dankeschön. Es ist auch richtig, dass sie in Begleitung war. Das stimmt, ja? Ja, es war ein Mann dabei. Beide waren leicht angetrunken, fröhlich und haben mich klichert. Na, das passt ja wunderbar zu der Beschreibung von dem Kirsverkäufer. Sagen Sie, können Sie uns den Herrn, der dabei war, ein bisschen genauer beschreiben? Klar, der hatte so dunkle Haare, war hier so rasiert, ein bisschen Bart, auch hübsch und eine tiefe Stimme. Aber in dem Zusammenhang, wüsste ich auch gerne, haben Sie schon was mit Ihren Entlastungszeugen unternommen? Ja, ich habe schon mit ein paar gesprochen. Aber ich glaube, dass Thomas mir am besten helfen kann. Er kennt Bella genauso gut wie ich. Und er weiß alles über mich. Er hat alles über die Beziehung mitbekommen. Das hört sich gut an. Aber können Sie sich auf den Thomas denn auch wirklich verlassen? Ich meine, versteht ihr eigentlich, warum Bella sich von Ihnen getrennt hat? Nee. Er meint so, dass wir gut zusammenpassen. Und ich das Beste bin, was Bella jemals passieren könnte. Und dass sie sich auch Sorgen um sie macht. Er hat sogar gesagt, dass es leid tut. Dass er nicht in der Bar auf sie aufgepasst hat. Dass er besoffen war und nur noch nach Hause wollte. Wie bitte? Wann hat er denn das gesagt? Vorhin? Na, als wir geredet haben. Ja, aber das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ich meine, als wir alle zusammen mit Ihren Freunden in der Bar gesprochen haben, da hat er gesagt, er wäre früher nach Hause gegangen, weil er ein Mädchen am Start gehabt hätte. Ja, vielleicht ein Mädchen, aber besoffen halt, ja. Ja, aber das stimmt doch irgendwas nicht, wenn er zu Ihnen sagt, dass er früher nach Hause gegangen ist, weil er so betrunken war, dass er einfach nur noch ins Bett wollte. Und was wollen Sie damit sagen? Dass Ihr Kumpel lügt. Das stimmt irgendwas nicht. Und das werde ich jetzt mal klären. Oh, Entschuldigung. Ja, Schneider? Okay. Na, das hilft uns ja schon mal. Ah, Frau von Minkwitz. Das ist ja schon mal etwas. Ja, der Taxifahrer Herr Schröder, der ist gerade bei uns im Gespräch. Und der hat... Aha. Woher wissen Sie das? Okay. Ja, dann geben Sie mir doch mal bitte die Adresse. Okay, dann würde ich Sie bitten, dass Sie erst mal nichts unternehmen und da auf uns warten. Und ich mache mich sofort auf den Weg mit meinem Kollegen. Ja, bis gleich. Seit zwei Tagen wird die 29-jährige Bella Weber vermisst. Ihr Ex-Freund Nico Kaiser befürchtet, dass sie entführt wurde und hat Barbara von Minkwitz eingeschaltet. Die Anwältin findet heraus, dass Nikos bester Freund Thomas bei seinen Aussagen gelogen hat. Er war auch noch nach dem Barbesuch mit ihr zusammen. Die Juristin, ihr Mandant und die Polizisten fackeln nicht lange und wollen ihn sofort zur Rede stellen. Schönen Tag Herr Reuter. Wir hätten noch mal ein paar Fragen an Sie. Ja, wo ist das Problem? Klären wir gleich. Hast du uns angelogen? Wo ist Bella? Sag mal, ruhig, hör mal. Herr Reuter, wir vermuten eigentlich ganz stark, dass Sie den Rest des Abends mit Bella Weber verbracht haben. Sind in ein Taxi eingestiegen und dann verliert sich komischerweise die Spur von ihr. Und deswegen gehen wir davon aus, dass Sie ganz genau wissen, was mit Bella passiert ist und wo sie ist. Ja, ich hab da was vergessen zu sagen. Ja, ich hab sie noch mal gesehen im Abend, da haben wir uns ein Taxi genommen, sind zurückgefahren. Mehr war da nicht. Ich hör hier was. Da hinten das Zimmer. Frau Weber. Barbara von Minkwitz reagiert sofort und ruft die Beamten zu Hilfe. Bella war die ganze Zeit über in Thomas' Wohnung. Nico ist außer sich verwut. Dieser Dreckskerl! Hey, bleib doch mal ruhig. Ganz ruhig. Du siehst doch, was du von da hast. Ich wollte einfach nur zeigen, dass sie nix für dich ist. Man brauchst doch keine Tränen nachholen. Sagen Sie mal, was haben Sie sich bei dieser schwachsinnigen Aktion eigentlich gedacht? Ja, nix. Ich hab sie nach der Bar verfolgt. Dann hab ich sie abgefangen. Dann sind wir ins Kiosk, was zu trinken geholt. Ja, und dann sind wir zu mir. Wolltest du von da über sie herfallen? Nein, ich wollte noch nicht mal mit ihr schlafen. Ich wollte einfach nur zeigen, dass die selbst mit einem Kumpel ins Bett geht. Ich wollte ein Foto von ihr machen, halbnackt, das hier schicken. Ja, gut, dann ist die Sache ein bisschen eskaliert. Was heißt denn hier genau eskaliert? Ja, Prinzessin wollte ja nicht so, wie ich will. Und dann ist sie ausgeflippt auf mich los. Und dann hab ich ihr eine verpasst. Ja, gut, und daraufhin hab ich sie dann weggesperrt. Was soll ich denn sonst machen? Du bist krank. Du hast Glück, dass sie alles gut überstanden hat. Du bist mein Freund. Und für dich hab ich's getan. Ich wollte dir zeigen, was feiner ist. Ja, Leute, Sie haben jetzt erstmal genug getan. Das ist wirklich gerade noch mal gut gegangen. Frau Weber ist nahezu unversehrt und Nico Kaiser zum Glück nicht mehr tatverdächtig. Ich hoffe, dass Frau Weber sich jetzt sehr schnell von ihrem Schock erholt und bald wieder ein ganz normales Leben führen kann. Drei Wochen später geht es Bella schon wieder viel besser. Sie verarbeitet das traumatische Erlebnis mithilfe einer Therapie und braucht erst einmal Zeit für sich. Deshalb hat sie Nico seit ihrer Befreiung nicht gesehen. Doch mittlerweile konnte Bella den ersten Schock überwinden und möchte mit ihm über das Erlebte und ihre Beziehung reden. Sie ist Nico sehr dankbar und fühlt sich ihm immer noch sehr nahe. Was machst du hier? War mir verabredet? Nein, nein, keine Sorge. Ich wollte nur kurz vorbeikommen und dir Danke sagen. Ja. Ja, ich habe von deinem Anwalt und der Polizei erfahren, dass du so um mich gekämpft hast, um mich wieder zu finden. Gerne. Das war echt lieb von dir. Ja, und meine Eltern haben mir auch erzählt, dass sie dich so blöd behandelt haben. Und, naja, die haben mir hier so einen Brief mitgegeben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollen sie sich entschuldigen oder so. Ja, ist deren Meinung. Wenn sie nicht finden, dass wir zusammenpassen, dann brauchen sie sich auch nicht entschuldigen. Ich weiß nicht. Du hast das Bild noch immer hier. Wird auch schade drum. Schön. Das ist eine gute Zeit gewesen. Ja. Weißt du, vielleicht kannst du mir eines Tages verzeihen. Also, ich habe hier noch Bralinen für dich. Danke. Ich mag die. Ja, ich weiß. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch. Und du weißt, wir können nicht so tun, ob nichts passiert wäre. Ja, ich weiß. Natürlich können wir das nicht. Aber vielleicht kannst du mich ja mal anrufen, dann können wir was trinken gehen oder so. Aber ich gehe dann jetzt mal lieber. Du hast sicher... Warte, 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 warte. Lass uns doch gleich was trinken gehen. Was? Echt? Ja. Ich hole noch meine Jacke und dann... Okay. Ja, gerne. Bella und Nico kommen sich langsam wieder näher und wollen ihrer Beziehung eine zweite Chance geben. Thomas wurde wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Seine Tat hat Bella und Nico gezeigt, wie viel sie einander bedeuten und dass sie ihr Leben gemeinsam verbringen wollen. Ja. Drabert Schil. Ja.